Sowas wie ein Haus. Es gibt viele Leute hier. Das ist sehr schön. An der Tür ganz viele Namen. Aber ich finde es ist sehr gemütlich, sehr heimlich hier. Ich weiß nicht. Eine Kochtheke. Eine Küche. Völkerverständigung. Ich sehe einen Container. Einen Container. Ja, einen Container mit Leuten, die anstehen, Getränke. Ach, ja, jetzt komme ich erst mal. Genau. Ich sehe viele Menschen, die gemeinsam kochen. Und was lernen wollen, was Neues zu kochen. Am Küchentisch entstehen Freundschaften. Das ist die Idee von Kitchen on the Run. Ein mobiler Küchencontainer bietet einen Ort, an dem sich Geflüchtete und Beheimatete ihre Lieblingsrezepte verraten. Und nebenbei ein Stück ihrer Heimat und Kultur teilen. Für Rouladen und Taboulet, fürs Ankommen und Zuhause fühlen. Hallo, wir sind Daniel, Agnes und Ina von Kitchen on the Run. Und dieses Jahr tun wir mit unserer mobilen Küche durch Deutschland. Unter dem Motto Next Stop Heimat besuchen wir in diesem Jahr deutsche Kleinstädte und schaffen genau dort Begegnungsmöglichkeiten, wo es bisher nur wenige Gelegenheiten zum Kennenlernen gab. Nach unserem Auftakt hier in Frankfurt geht es erst mal nach Lörrach an die Schweizer Grenze. Danach schnuppern wir in Wismar Ostseeluft und als letzte Station besuchen wir Pragwede in Bielefeld. Jeden Abend laden wir eine gemischte Gruppe aus Geflüchteten und Einheimischen ein, gemeinsam im Container zu kochen, zu essen und sich kennenzulernen. In Frankfurt startet unsere Tour und wir stehen hier im Museum Angewandte Kunst als Teil der Ausstellung Picknickzeit. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wenn du Lust hast, neuen Menschen zu begegnen und mit uns über den Tellerrand zu kochen, dann melde dich einfach online an. Wir freuen uns auf dich. Und auf euch freue ich mich auch. Bis zum nächsten Mal.